ja ich starte mit den anderen anderen beiden bobos grad das ja daneben ist ein berg da geh ich jetzt mal hin ich muss mir grad mal das headset benötigt wow killer ist bei mir wo bist denn du ich kann es ja nicht genau sagen ich habe herzschlag ok der killer war nämlich gerade bei mir weißt du was das denn killer war ich bin hier an dem generator ich bin neben dem brunnen gestartet also ich weiß jetzt nicht gibt es die brunnen ab jetzt immer auf der map oder es ist wie bei mir da ja dann ist klar wer das ist ja klar irgendwie finde ich gerade keinen generator meiner ist aber auch gleich durch da ist mir recht froh drüber da kommt auf mich zu gerannt ich muss hier mal kurz weg ja mach das hast du Zeit ok killer geh wieder weg hat nüchtern verloren oh ich bin an der vier gegen mitte cool cool oh hier ist nix dann da ja oh ich geh mal kurz warst du in dem keller ähm nein ich bin aber jetzt im temple unten mach den generator da ja ich wollte mir nämlich aus der kiste was holen weil mein wechselkoffer ist fast durch auch noch ein grauer werkzeugkäufer meiner hatte addons aber naja egal der hat aufladung boah please swagger wurde gehittet ähm ich muss mich hier echt zurechtfinden teilweise ne das ist immer noch sehr ungewohnt die map die morgens die verletzt werden der hat ja der hat die 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 Okay, ich bin vor dem äh, vor dem, was ist das? Vor dem Tempel, so, um aus dem Haupteingang rauszukommen. Ja, ah scheiße! Entschuldigung bitte. Alles gut. Ich hab grad aufgeschrien, wo ich echt weit entfernt war. Wow. Oh man, was soll das denn? Egal, wir haben gewonnen. Wollt grad noch ein Generator fertig, oder was war? Ja, wollt grad einer fertig, in meiner Bauschauung glaub ich bei 30%. Egal, Punkte. 15.000 Punkte. Oh man.